Wenn man komisch anhört, ich bin im Badezimmer, weil da kann mich safe keiner stören. Diese Geräusche sind schlimmer als Mathe, also der Deutschunterricht. Ja, das ist Stumblegeist, aber nur in Minecraft. Die Map kenne ich gerade nicht. Dann kenne ich vielleicht aber, welche das ist. Oder ich bin einfach mega los. Kann auch sein, dass beide stimmen. Und außer denen? Ist das das Ziel da? Oh, yes. Ich hoffe, bei dem Ziel gibt es es. Ich bin wieder hier. Kommand-Splog. Äh, mit sowas. Wie gesagt, wenn meine Stimme sich so komisch bei dem Video anhört. Dann bin ich nicht schuld, dann ist der Badezimmer schuld. Sien, Sien, lauf! Lauf! Nein! Ich nenne das Video um. Pause. Das Video heißt letztlich, die meine kostenlose Glücksräte und dann spielen wir eine Runde. Wie zu sagen, wenn ich morgen kann, werde ich sogar vielleicht streamen. Vielleicht aber noch, ob man nur ein bisschen zu flüssig streamen würde. Wenn wir die Zähpult knacken, dann wird es schlecht für alle sein. Sonst muss ich nicht. Hände, 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 Hände. So. Jetzt ist das alles in Leben gerufen. Es gibt sogar ein paar Hacken für 50 Sems. Und für 50 dieser Grüne kann man sich da was kaufen. Ich will den Skin nehmen. Ich will so zu meinen anderen Skin. Die besten sind der. Die No Skin. No Skin, da denken alle. Mega. Äh, ein Anfänger. Aber da komme ich so mit meinen krassen Moves. Und dann wird das schon für die Pros schwierig sein. Und zu gewinnen. Warum hängt das Spielnetz? Warum kann ich mich nicht bewegen? Ich habe einen gesnappt. Das war's. Wir sehen uns gleich, wenn ich einen Falle mache. Und war das komplett. Und wann diese neue Freuden-Update rauskommt, werde ich klar auch streamen. Wenn Ich bin wach weil ich bin so gerade sehr, sehr krass. Wenn ich gerade über meine selber ins Brille das los sein und das sehr, sehr muss sein. Ich würde sagen äh dieser sind so grün dieser will es dieser will es nehmen mich seht heißt so remden wenn ich sein remden rumwarte im morgen das einzige was mich überrasst ist noch weil es noch jemand überhaupt spielt dieser wo man ist vielleicht streame ich heute noch und sagen das war's mit der Runde Tschüss das das war's das an was war's war's